Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Deiner 2 ist der Junge. Eine der beiden großen Freuden des Lebens. Trinken und? Achso, was die andere? Freude? Ich wüsste liebend gern, was die andere Freude ist. Was denkst du denn? Der süße Nervenkitzel des Glücksspiels natürlich. Ach ja, was spielst du denn? Im Moment nur langweilige Kartenspiele, wenn der Chef nicht hinsieht. Es ging viel well dazu, als die Nightrunner noch hier waren. Siehst du diesen Gebäudekomplex? Dort war eine Parcoursstrecke. Ein vorwitziger Typ namens... Hakan, Hakan oder so ähnlich, hat so die Fertigkeiten der Rekruten mit dem Wurfhaken getestet. Da gab's wirklich abgefahrene Stunts zu sehen. Lass mich raten, du hast mit deinen Kumpels gewettet, wer zuerst auf dem Arsch landet. Ganz genau. Ha, so, so. Du weißt also, wie man Spaß haben kann. Ich mag dich. Hey, weißt du was? Wie wäre es, wenn wir mal wieder für etwas Spannung sorgen? Ha, wie meinst du das? Ob du das glaubst oder nicht? Einige Rekruten haben die Parcoursstrecke tatsächlich bis zu Ende geschafft. Einige hatten geradezu irrwitzige Fertigkeiten. Warum testest du dich nicht selbst und schaust, ob du die Zeiten der anderen schlagen kannst? Ich könnte dann Wetten von den Jungs entgegennehmen. Win-win, nicht? Hey Kumpels, raus mit den Geldbeuteln. Hier gibt es gleich ein bisschen Action. Leute, einfach die Glocke, sobald du bereit bist. Sie ist ein wenig staubig, wie du sehen kannst. Wie du sehen wirst, Herr Rüdiger. Okay. Oh, hey, du bist es. Wie kann ich dir helfen? Das denn? Ich wollte jetzt nur mal kurz gucken, aber... Schau wieder vorbei. Wir haben schon mal einen schönen Bogen, auf jeden Fall. Äh. Da, da ist das. Okay. Die Glocke ist... Was? Was? Die Glocke soll staubig sein, wie ich sehe. Die ist... Die glänzt wie... Noch nie benutzt. Süchtig nach Nervenkitzel. Fuck, fuck, fuck. Ich muss jetzt erst mal kurz gucken, wo lang? Scheiße. Alter. Ah, fuck. Okay, ja, gut. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Halte, zieh... Hä? Ich kann die nicht nehmen. Ich... Halte. Control... Ja. Äh. Das geht nicht. Okay, jetzt versuche ich nochmal. Vielleicht, weil es unten nicht ausgewählt war. Ich glaube, so einen Bug hatte ich schon mal. Halte, CRMW, um mit der Kanone zu ziehen. Was denn für eine fucking Kanone? Ich weiß nicht, was ich damit meinen. Mit welcher Kanone? Wo ist hier eine Kanone? Eine Minute 15... Äh, ja. 50. Das war... Ja, da müsste ich jetzt auch wieder mit diesen Dingen. Aber das geht nicht mit dem Enterhaken. Alter. Nur ein bisschen nach rechts. Alt. Mit alt. Oh Gott, das wird... Das wird gräudig. Das wird gräudig. Okay, also mit alt, nicht mit Control. Ach du Scheiße. Das wird schwierig. Weil ich springe gerne immer davor ab, bevor ich den Enterhaken werfe. Ich mache immer mit milderem Maustaster. Ich mache immer mit milderem Maustaster. Oh Gott. Oh Gott. Das ist mal Knopfer. Verdammt. Nein. Fuck. Ah. Wieso ist da jetzt so ein... Das dämliche Ding. Okay, das war jetzt sehr ärgerlich. Das war es doch schon wieder, oder? Definitiv. Scheiße. Darf ich hier auch mit dem Gleiter das machen? Muss ich. Okay. Scheiße. Ah, fuck. Fuck. Oh, der hat sich hochgezogen. Wieso springt der denn nicht? Der hat doch noch Ausdauer. Okay, das mit dem Gleiter funktioniert auch nicht so richtig. Das habe ich leider Gottes auch immer nur in diesen... Missionen hier so das Problem mit den ganzen Sachen. Also ich persönlich. Er ist schon wieder nicht gesprungen. Also mit dem Alt, das gefällt mir überhaupt nicht. Also überhaupt rein gar nicht. Das ist echt schwierig. Ich bin halt mit mittlerem Maustasse. Ich kann das so mit mittlerem Maustasse. Und nicht mit CTRE. Also mit Alt. Nicht Control. Ich konnte auch gerade nicht hochgucken. Ich habe die Maus gerade an meinem... Mauspad... Ende gemacht. Nein, das war zu hoch. Verdammt. Scheiße, Dreck, ey. Och, nie. Ach, du Scheiße. Ja, okay, gut. Ja, gut. Hier, das ist... Das ist ärgerlich, dass... Das jetzt hier ist. Nein, runter. Nichts. Nein. Okay. Okay. Nein. Shit. Ja gut, zu Anfang ist leider Gottes immer der... Der Dings ist nicht so geil. Ehrlich gesagt, dieses Seil, das stört richtig hart. Ja, okay, das war's. Das hat ja ab dann sowieso schon erledigt. Okay, ne? Ihr kennt mich ja. Ich würde schon gerne Gold holen und wegen fünf Sekunden ist das schon hart. Ja gut. Ja gut. Nee, verdammt. Nicht hier. Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ah, fuck. Hat sich das sowieso schon wieder erledigt. Sprich. Ey, du hast doch so einen scheiß Turbosprung. Ja. Oh, fuck you. Hat ja, okay, das hat sich leider schon wieder erledigt. Jetzt hat er... Ich trauze dich jetzt hier. Äh, äh. Och, Leute. Ohohoh. Das ist echt dolle ärgerlich. Okay, das hat sich sowieso erledigt. Scheiße. Leute, die Glocke, wenn's losgeht. Da steht auch. Oh, ist das ärgerlich. Oh, lighter. Oh. 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 ja und hier muss ich das leider oh Gott sei Dank, so machen das war fast zu weit gesprungen ja, 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 komm ja, hoch bitte, och man lasst ihr euch drei Stunden Zeit man, das ist zwar ein bisschen schief es ist unglaublich ja, ach, boah also manchmal braucht er echt unheimlich lange für das Ganze na alter, warum geht der so zur Seite fick dich warum ist denn er so zur Seite gesprungen oh, das gibt's doch gar nicht soll ich mal richtig versuchen ohne Gleiter oh, fuck nee, ja, gut, das ist hier wirklich nicht ganz so nicht ganz so geil okay, das war's jetzt hier auch schon oh, jetzt kommt er nicht mal da hoch hoch, was macht der jetzt hä das ist vielleicht nix also um den Gleiter ist das ja krass langsam also kühlt, sag ich mal so ja, doch, also alter na, wir können natürlich wieder aufs Ende springen oh, jetzt muss er da auch noch so machen, ey wo ist er, wo okay, keine Ahnung erfreulich nicht zu früh weil das ist bis jetzt so ziemlich schlecht oh, jetzt muss er ja auch noch hochklettern nein, bitte da hoch, da hoch, bitte oh, jetzt ist das wieder so langsam oh, Gott hier macht er keinen Torbesprung, leider jetzt hat er Licht an und ausgemacht oh, Leute hat er jetzt gerade zugehauen wo hat der hinge... warum hat er zugehauen oh, Leute, Leute, Leute das wird, glaube ich, jetzt wieder nix oh, nee oh, komm oh, jetzt ist die Taschlappe schon wieder an na, nee, vier nee nee oh, Mann und nochmal mit der Kante zu ziehen traf ich nicht na gut, hier hier fehlen mir natürlich wertvolle Sekunden aber da kann ich leider nix gegen machen leider kann ich dir nix gegen machen nein ach, komm ach, Mann es geht schneller mit runterfallen nein ihr wollt einfach nur zum Ende springen so den letzten, ja, zwei Minuten das hat das auch nicht geklappt jetzt springt da nicht ach, Mann das hat immer alles so lange ja oh, ja 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 Fuck you. Oh, come. Oh, natürlich. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, 10 Sekunden genau glatt. Wow. Schneller. Oh, ich hatte gerade echt gar keinen Bock mehr. Oh, man, das war großartig. Du hast es voll drauf. Ich kann immer noch wetten entgegennehmen, dass du deine eigene Zeit schlägst. Der Spaß nimmt kein Ende. Leute, die Glocke, wann immer du die Strecke nochmal absolvieren kannst. Ach, nö. Vergnügungssüchtig. Das war schrecklich. Das war grässlich. Das war grausam. Immer alles auf... Was brauchst du? Nix. Danke, Mann. Ah, okay. Gut. Vergnügungssüchtig haben wir jetzt absolviert. Süchtig nach Nerven geht's. Grässlich. Gut, dann vielen Dank für's so schön abonnen. Gib doch noch einen Schreibtisch in den Kommentar, ob ich das Video gefallen hat. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.